Die FCB-TV News präsentiert von der größten Sportwetten-Arena der Welt. BWIN! Der FC Bayern hat das Feintuning für den Rückrundenauftakt der Bundesliga in Mönchengladbach am Freitag gestartet. Pep Guardiola rief am Vormittag zur intensiven Einheit mit viel Parcours und Torabschlussformen und einem knackigen Trainingsspiel hinterher. Mit dabei waren wieder Dante und Mario Götze. Die kleinen Blessuren aus dem letzten Test sind überwunden. Wir hatten jetzt den einen Tag frei und ich glaube, wir haben uns alle gut erholt. Wir hatten eine gute Vorbereitung. Ich fühle mich gut, ich glaube, die Mannschaft auch. Wir freuen uns einfach, dass es jetzt bald wieder losgeht und freuen uns auf die kommenden Spiele. Natürlich sind die Einheiten jetzt ein bisschen wichtiger, weil es eben auch auf die Bundesliga zugeht. Wir arbeiten konzentrierter. Wir haben jetzt noch zwei Einheiten und dann fliegen wir nach Gladbach und dann versuchen wir alles auszuholen und möglichst am Freitag zu gewinnen. Zusammen mit David Alaba verlängerte Mario die Einheit heute deutlich Freistöße. Elf Meter Abschlüsse jeder Art, bis die Mittagsküche zum zweiten Mal klingelte. Philipp Lahm dosierte heute noch und arbeitete auf dem Nebenplatz individuell, genauso wie Daniel van Beuten. Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben und Harvey Martinez trainierten nach Einzelplan im Leistungszentrum. Die nächste Einheit steht dann morgen vormittag ran. Bis dahin, Servus.